Kälbertransporte dürfen maximal 19 Stunden lang sein. Bei diesen 19 Stunden braucht es mindestens eine einstündige Pause unterwegs, eben um die Kälber zu füttern. Wenn nicht innerhalb von 19 Stunden der Bestimmungsort erreicht werden kann, müssen die Kälber unterwegs abgeladen und 24 Stunden Rastpause einlegen können. Im Normalfall sind die LKWs für den Transport nicht für Kälber ausgerüstet. Kälber können die Druckknopfdränken, die üblicherweise im Tiertransport LKWs sind, nicht bedienen. Dieses Unternehmen, das die Kälber weitertransportiert hat, hat in dem konkreten Fall ihre LKWs mit Zitzen ausgestattet. Na gut, machen wir uns am Weg, oder? Ja, danke. Vielen Dank.